Ja, Angel Wing. Der braucht nämlich eine Fledermaus. Und ein Ghast, ein Cursed Lasson. Ich versteh noch nicht ganz. Der braucht 32 GP. Den hat mir eigentlich quasi dabei. Oder wird er aufgeladen? Ich hab keine Ahnung. Ich muss das erstmal ausprobieren. Das werde ich mit euch zusammen eigentlich ausprobieren. Hier so ein Cursed Lasson und Top of Evil. Muss ich Dings fangen. 10%ige Chancen. Also bräuchte ich eigentlich mal ein Looting Schwert. Eieieiei. Looting Schwert. Ein Hauptraum. Wir looting können nicht hier drauf machen, ne? Ich hab noch 4 Modifier übrig. Ich brauch viel Lappi, ne? Viel Lappi. Mal gucken. Können wir gleich hin? Äh, lass mal gucken. Ich hab da hier irgendwo... Äh, jetzt müssen wir die ganzen Blöcke loswerden. Warte mal. Das da, das da. Das, 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 das. Das. Ich hab keinen Platz mehr. Ich muss da noch Blöcke rein. So, da. Äh, du kommst hier rein. Ich pack mal da rein. Okay. Ähm, komm, der Ender kann erstmal weg hier. Guck mal, da hab ich auch noch ein bisschen. Ähm, okay. Ich mach's den digitalen Meier. Wo hab ich den hingepackt? Den hab ich... Da war er verschwunden. Ich weiß ja nicht, wie. Es war mitten in der Aufnahme. Habt ihr alles mitbekommen? Ja, digital meiner. Den schnapp ich mir jetzt hier. Das ist auch meine Upgrade-Zweck gewesen, gell? Oder hab ich wieder neue reingesetzt? Ich weiß es gerade nicht. Oh, fettes Teil hier. Ähm... Ich muss da noch ein Kabel dran setzen. Gabel, 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 Gabel. Da. Ich hab ihr jetzt keine Upgrade drin, ne? Natürlich nicht, reiter an energy Upgrade. Energy Upgrade die Waren?" Gold. Eigentlich müsste ich mich eigentlich auch reincheaten. Aber... Na gut, soll ich machen? ja auch legal erworben und dann legal illegal verschwunden naja wo soll ich machen Energy Upgrade so ein paar wenige äh äh Mechanism ist das nur Energy Upgrades oder nicht Gas Upgrade Energy Upgrade da muss ich dran hier zack acht Stück und so alles reingepackt so ich hätte gerne Config Radius Maximum ähm ich glaube höher sind die nicht wir werden mal testen machen so 60 neues Filter hier Item und zwar das da save save ja your filter zack 116 116 die Frage bringt das was denn dann braucht man weniger Strom oder so egal weiß nicht weniger Strom auf jeden Fall wir haben genug ich könnte mir vielleicht sogar Speed Upgrade leisten machen mal durch Osmium Staub glaube ich dafür glaube ich dafür ich mache jetzt einfach mal vier Stück rein ich mache jetzt einfach mal vier Stück rein Kombo glaube ich relativ schnell okay können wir mit leben da war ja was das habe ich keine Blöcke jetzt habe ich keine Blöcke gib mir mal was äh ja komm gib mir mal grad die da geschütze der Korbel so ähm okay ich glaube wegpacken 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 das kann ich auch noch rein tun so was machen wir jetzt noch mit ich könnte eigentlich wollte ich damit auch gar nicht anfangen ich wollte doch erstmal ja egal ich mache jetzt erstmal eins am anderen Reefine Storage will ich machen schon vor ein zwei Folgen ich habe keine Ahnung wie lange ich da brauche dafür so ich mache es am Markt so das ist sowas Gegenstück zu Applied Energy 6 ich würde mal so einen kleinen Mini-Computer aufstellen vielleicht mal gucken ähm wir brauchen dafür was braucht man dafür überhaupt das Ding irgendwie ja ein Kontrollblock genau hier einen Controller äh Silicon 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 Ender IO und Reefine Storage das wäre das da das wäre schmelzend von Neterquartz finde ich nicht so toll was können wir noch machen in einem Crusher in einem Crusher finde ich günstiger einiges habe ich denn schon einen Crusher von Mechanism ich habe schon mal angezeigt das ist natürlich falsch Infuser Quascha perfekt komm mal her gib mir mal ein Stecks Sand los gib mir ein Stecks Sand ich habe doch genug ich habe reichlich davon du ich muss überall energie upgrades reinpacken ohne ende ich habe hier noch kompressed redstone wie war das immer 8 jetzt gehen wir haben 8 und die waren mit eisen genau 816 das ist jetzt ein halbes ganzen stack nein das war hier so und ja mach einfach mal laufen nebenbei silikon kriegen wir hin erst mal reichen den controller also machine casings quatschern ach du gott was machst du das ich habe ich mache eigentlich sicher dass ich ein bisschen nähter quatsch gefahren habe habe ich nicht die spitzte hack mit glück das niederquats form hier habe ich 16 16 ich bin noch obi sein dass wir hier für ein rezept hier nachdem die spitzte macht alles nur was einfacher schon fertig Finde ich toll. Ich packe die da rein, sobald ich mir jetzt besinne. So, Nähtherquard. Hast du eigentlich schon ein Rezept? Klar, das. Quaschard, ok. Na gut, wir dürfen vielleicht erst mal reichen. Mal gucken. So. Das ist ein ganzer Stack. Mal gucken. Ich brauche dich einmal. Und dann haben wir einen Controller. So, Kabel. Ach Gott, Quarz. Uiuiuiui. Sehr Quarz-intensiv für dich überhaupt. Ich gebe es auch ohne Kabel hin. Controller, Grid. Was ist denn ein Grid? Crafting-Grid. Solderer. Dann brauche ich wohl einen Solderer. Crafting-Grid. Disc-Ryphone würde ich auch brauchen. Als Warns-Prozessor. Ich brauche wohl einen Solderer, hm? Ich hoffe, der andere funktioniert auch da drüben. Ein Solderer. Zwei Sticky... Ah Gott. Sticky-Bistons. Ähm, Schleim habe ich doch eigentlich jede Menge. Ähm... Kann ich da auch den da benutzen? Kann ich. Schön. Gefällt. Gut. Ähm... Ich will was nehmen, bevor ich ihn abbaue. Können wir brauchen. Lappi für ein Loating-Schwert, oder? Ähm... Alles mal gucken. Warte, 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 warte. Andere Idee. Ich hab mal andere Idee. Und wo bist du denn jetzt da? Ein bisschen Obi vielleicht. Kann ich vielleicht ein bisschen Obi-Farm-Config. Den lassen wir mal drin, weil den brauche ich wahrscheinlich sowieso jede Menge. Mh... Neues Filter. Items-Deck. Obsidian. Save. Okay, dann starte mal. 6 Obi nur. Ja, okay, das ist natürlich entstanden, ne? Aber gut. Das ist ein bisschen Armer, aber okay. Mh... So... Machen wir da weiter. Und zwar der Soldat... Wo ist er denn da? Ah... Needs to be connected with the controller, by placing it in the investment tool. Ah... Muss mit einem Controller verbunden sein, entweder direkt daneben oder mit einem Kabel verbunden. Okay. Kriegen wir hin. So, ich nehme an, der Controller wird das Ding sein, was denn Strom braucht. Achso, da kann ich das nicht hinstellen. Und... Ehm... Ehm... Ehm...